Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem Video bei mir. Heute habe ich eine Drohne steigen lassen und nachher noch in die Waage genürzt. Schon gar nicht kalt. So, das war mein Drohnen-Landeplatz und Startpunkt. Und jetzt geht es wieder nach Hause. Hauptsache jetzt einfach zwei Paar Hosen an. Richtig dicke Jacke. Und es ist trotzdem fast schon ein bisschen kalt. Haut gleich ab ins Eiswasser. So, wenn wir nach Falken Wiese, easy, let's go, ab ins Wasser. So, da geht es gleich rein. Badehose an. Bin ich schon? Ja. Hast du was gefilmt? Nee, das nicht. Hey, du willst sterben. Das ist so unermarkant. Henrik hat noch zwei Minuten. So, Revue. Ich glaube, alle meine Szenen sind abgebrochen. War's bei euch so? Sehen? Ja, alle weg. Bei mir nicht. Ja, du bist so ein... Henrik, zittern. Ich kann meinen Tee nicht mehr trinken, weil ich mich verschüttet. Boah, scheiße. Es ist ja zu gut. Ah, scheiße. Der könnte auch kochen sein. Ich würd's nicht nassieren. So. Entfernen. Neue. Nöue. Entfernen. Dinn. Entfernen. Entfernen.